Ich dachte... Die wurden bedient. Wie diese Deutschen, einen coolen Namen, ey. Machst du noch? Einer bei Sixteen Bars in den Videos schreit da vorlaut in die Kamera. Fuck her right in the pussy. Lava! Ja, was? So geil, man. Beim aktuellsten Video bei den Tag 1 bei 1,50 oder so. Pfff! Das ist einfach zu witzig, ey. Wo willst du hingehen? Äh, Henning? Ich geh top. Ja. Als Info. Als Info. Wir sind das Team mit dem höheren Elo. Nämlich das lila Team. Cool. Habe ich bestimmt schon mal erzählt. Das lila Team ist immer das mit der höheren Elo. Das ist richtig. ich nehme dich. nämlich. Zieh dich ran Zombie. Los! Und das ist ganz schön. Was ist denn der Kussi? Oh shit! Oh shit! Leg doch wort ihr Beinanden! You, 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 motherfucker! My fucking shit, nigga! Der Lucien, der Lucien! Kommt, kommen die Plätze, ey! Vielleicht kommt sie von hinten angelaufen! Nigga, wow, die sehen nicht! Wenn du jetzt weggehst, dann... Die lieben diesen Bursch-Pottich! Ja, du zu. Ahem, ahem, ahem! Keine Darts zu warden, du solltest genauer uns erwarten, aber nein! Erstmal für Flöte spielen, ne? Oh Gott, die haben Zed als Jungler! Das ist total scheiße, ey! Unser Zed als Jungler, die von mir gekickt haben! Lava! Ja, pass auf, und der Carry-Clayer! Ja, so viele Junglesets gibt's ja nicht! Es muss ja der von uns sein! Nein! Nein! Oh, die ist denn halt sein Kuh geskillt, oder was? Ja! Oh, Leute! Ich hab meinen Kuh nicht mal getroffen! Oh, ne, gegen Cassio? Oh, shit! Das machst du jetzt schon fertig! Geh aggressiv! Aggressiv? Aggressiv! Ich würde gerne... ...wenn ich... ...wenn ich alle ihre... ...Skills aus! Ich mach dich wirklich fertig! Schlampe! F*** er, rein in der Pussy! Okay, jetzt führe ich aus. Lisschen, mach doch mal was. Lisschen, das ist doch ein Abschaum, ey. Gott. Kann ich nicht gegen Jax? Ich würde nur gegen Jax facken. Aber Kayle ist ein guter Jax-Counter. Das merke ich gerade. Wird auch in der LTS so gemacht. Nicht, dass es irgendwas bedeutet, aber... Der Lisschen ist so mad. Kassio ist weg. Oh shit. Oh, ich mache nicht so viel Schaden, nigga. Was hat er denn für ein Auftrag, ey? Boah, Kassio fängt mich hier richtig! Kassio ist tot. Ich habe die nicht gehittet. Äh... Ja, ich kann nichts machen, ich habe zwölf Lastsits. Das ist schon wie, Alter, der kann ja gar nichts sein. Ich schlechte Lee Simplay. Oh, shit. Ach, fuck, man. Ich will nur Wodka sagen. Oh, fuck dich, du Huren. Alter, scheiße, ey. Kommt der auch noch vorbei? Oh, Mann, ey. Das friegt mich jetzt auf. Jetzt hat Jack so noch ein höheres Level als ich, ey. Wie soll ich das jetzt mal da haben, ey? Ja. Ähm. Ähm. nun und sie hat Box von der von diesem Gift äh ist so eklig, ekelhaft kann man gar nicht ausweichen aber kann ich nicht mehr booten kann ich sie jetzt mal treffen ne shit die kriegt doch die Buss oder nicht wenn die trifft wie war das? Ja wenn sie trifft ja aber ne Gott mit ihrem B oder mit dem Giftzahn oh was die Coo ich glaub dieser Giftzahn hallo Thresh ja geil mein Supporter ist weg ey dieser Z hängt schon wieder auf der Toplane ne das geht mir so auf den Sack ja kann nicht verarmen alter bau echt nicht kein Stück ab oh god dammit ja das war nicht schlecht aber nicht schlecht aber nicht schlecht ich hab doch Ignite drauf gehabt du verdannter Hurenbock oh k k k k k kann nix gegen Kassio machen, die machen mich wirklich zu Grund und Tauert fertig die ist 2-3 über mir 8 die soot mich übelst 1 2 3 3 3 3 4 5 5 6 4 4 5 5 1 5 6 5 6 5 6 7 7 Ich weiß nicht, also entweder mache ich die Jacks hier oben jetzt weiter fertig oder würde sie stoppen, es ist egal. Die wollen Lucien übrigens 50 Detect Range wegnehmen. Nee, wieviel hat er jetzt? 550. Ja, ist ja gar nichts mehr, ist ja fast wie Urgott. Kann man doch gleich vergessen. Also ich erhole mich ein wenig. Nein, das ist ja gar nichts mehr. Weiter zu. Kannst du uns einmal in der Mitte vorbeischauen? Nee, nee, wir haben Probleme hier. Wir hatten gerade ein kleines 3 gegen... 3 gegen... wie heißt. Okay. Push einfach so hart wie ich kann. Nimm den doch, du Spacko, ey. Okay. 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 Ich kaufe diese zu bedrängen. 100% nigger 100% nigger 100% nigger 100% nigger 1% nigger 1% nigger Jetzt hättet ihr sehen sollen, was der Legrad gemacht hat, wie er an dem Z vorbei gesneakt ist. Ja, fick dich, Tower! Oh, da ist jemand! Pick ihn doch! Ja, Cassio, viel Spaß! Fick dich! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Junge! Nein, Mann! Wie? Der hat mich beide gekriegt? Oh, Gott! Cassio ist krass, Mann! Ja, du hättest gar nicht erst reingehen sollen! Wir hatten die doch! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Mm! Mm! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, fucking Figgit, Alter! Das kann ich nicht vergessen! Gott, jetzt kommt Milch und dann kommt die auch noch an, ey! Fuck you! Keine Ulti! Oh mein Gott! Und ich lebe noch! Stella! Oh! Gib mir doch die Werte an! Hallo! Wollen wir die pushen? Wir haben was getroffen! Geil, ey! Ja, wir haben jetzt zwei Tore geholt! Super! Jetzt kommt, ey! Ich sollte jetzt Jacks kommen! Mann, Greg, glaub ich! Ja! Big Jacks! Not my Tower! Im Ernst? Graf dir noch meinen zweiten Tower an hier, oder wie? Ist sie behindert oder so? Cassius weg, ne? Hoffentlich kommt die hoch, ey! Lampe! Oh, du bist zu schnell gewesen! Oh, du bist hervorgefieldet! Oh, du bist zu schnell gewesen! 10 kills, ne? Lass mich diese Wunde carry'n! Pah! Wir pushen an den Nexus Tower schon! Oh, Leute, was war das denn? Oh, Leute, was war das denn? Ich hab keine Old! Ne, schade! Was war das denn? Kannst die... Run, hit! Run, hit! Ne, ich brauch mein... Das! Halleluja! Ah, ich lasse fliebe! Oh! Oh, nach dem Game muss ich jetzt mal was essen, ne? Oh, lol! Die Veen! Ah! Ah! Und Double Kill! Loll! N' Scheiss! Ah, Mann, ey! Wieso nimmt er jedes Mal den Kill, ey! WTF! Toll! Ich bin gestorben, weil ich den Crash geholtes hab, ey! Oh! Er hat, glaub ich, auch so überlebt! Wenigstens mit Heel! Also, die Ulti... Ja, ich hab ihm beides gegeben, ey! Ja, deswegen! Der hättest ihm nur eins von beiden Heel-Head gereicht! Oh, das ist hier, jo! Ah, ich wusste nicht, was Annie so an Damage machte, deswegen! Du hättest ihr auch gerade gefeated oder so... Ja, vielleicht! Er hat drei Kills? Hattet ihr den nicht grad noch 1,4? Hä? Ach ja, die hat er... Ja, die hat er... ...gekillt. Oh, shit. Erst verkilde ich jetzt diesen hässlichen Set da. Das ist gar nicht so schlecht. R.I.F.D. mein nigger! R.I.F.D. mein nigger! Ja, cha, 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 cha. Jadaaach! Altir, krass. Geht mit dir, ey. Soll ich mit die Top nehmen? Ja, ich bin tot. Bin am oberxtenden. Ja, das musst du mir ausnutzen. Nur Farben kann ich nur Experimentieren nehmen. Egal wie scheiße ich halt sowas in der Farben ist dann gut. Geil Team 2 im Spieltag. Die Krypte mit Schruhen, die, die bringt's. Die bringt's echt ey. Die Annie heißt sie wurden bedient. Und der Sack kriegst du. Der Sack kriegst du. Ja. Oh. Z. Z. Wir haben mit Staydown oder so. Wo ist Jacks? Alter der hat mich fast getötet. Wrong bitches. Ich versteck mich hier im Busch. Ah. Ah. Eins gegen drei. Eins gegen drei. Los. Ah. Bin tot. Oh fuck. Die Laterne kam zu spät. Fick die Gegners. Was? Mitte 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 Mitte. War ja eigentlich total schlecht ey. War's auch. Die Annie ist aber auch. Ach die Vane ist voll stark. Mach vor viel Schaden an mir. Ja mir hat die auch richtig was reingedrückt ey. Obwohl ne das war die Annie. Die Annie hat mir 1200 damage gemacht. Die Jax haben sich da oben auch hoch ey. Ja er hat 105. So wegen als. Ne hier. Nur mehr. Wie als ich. Drake? Oder hat's er den grad gemacht? Der kam da grad von der. Von da halt. Du sagst das. So mein Nigger. Garten. Hm. 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 發st du's weg ey. was das gesteht er wo ist mein team oh mein gott schon wieder der gleiche und nein ihr glaubt mir den zu wenig damage ich muss top durch jacks kommt da Ich bin allein mit dem Dragon, y'all. Ey, Hilfe! Okay, das ist cool. Oh, shit. Oh, ich hab ihn getötet. Oh, lol. Puckuck. Ping. Cool, wir haben N-Hip. Good job. Hä? Alles klar, mein Neger. Ach, ich vergesse immer, dass man mich trotzdem stunn kann. Kann man das? Jupp. CC geht durch. Das ist doch scheiße. War das schon immer so, oder war das damals nicht komplett immun gegen alles? Dachte ich mir jetzt auch. Nee, 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 war schon immer so. Also so wie drin, Ult. Das war genau wie drin, ja. Ich dachte, das wäre der Unterschied, dass du kein CC mehr kriegst. Nee, nee. Dann wäre gar nicht so cool. Nee, dann ist sie gar nicht wert, das zu lernen. Und die hatten... Krassel und cool da, oder? Die Sekunden, oder? Die Sekunden, oder? Du weiiiist... Oh! Oh! Der will das wissen, ey! Und da kommt der Jax! Und da kommt der Jax! Gim mir scheiss minions, motherfucker! Ich bin auf der Topf. Ich bin auf der Topf. Ich bin auf der Rettung. Ja, ich bin auf der Dicke wave. Ich bin auf der Dicke wave. Yo, ich geh top und mir wird die Topplane abgeschnitten. Oh mein Gott. Ey, leh mal weg, du. Mach mich fertig. ist wird jetzt keiner mit hochgarten 9 auch mann erhältlich krebs die töten können was ist noch was macht leader für ein humbug also bin getötet macht seinen job sie übertreibt ja mit ihren 150 csl macht mir von mir vor allem ja, was? Cassio hat schon 150 CS, ey. Das ist ein richtiges Monster. Mach Tropfeln-Kraften-Damage, irgendwie. Was macht sie? Damage! Ja, lame mal gegen die EA, das ist voll scheiße, man. Die EA ist keine Chance. Ach, scheiße, ihr seid die Wunden ab. Nein! Wie ich hier habe. Oh, Hilfe. Nein. Oh, Mann, ey. Ich muss ganz im Ernst machen. Die Keyload ist doch für'n Arsch. Ding. Hör mal auf und gehen, ey. Das ist ein Lappen-Game. Easy. Wie ist das easy? Ich hab 06, ne? Haha, aber nix. Ja. 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 Ja.